So, damit Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid der Kosten- und Leistungsrechnung und wir machen weiter mit der Kostenauflösung und zwar dem Reihenhälften-Verfahren. Im letzten Video haben wir uns das Hochtiefpunktverfahren angesehen. Die entsprechenden Inhalte findet ihr einmal auf unserem Channel in der Playlist der Kosten- und Leistungsrechnung sowie auf unserer Webseite in unserer Bibliothek. Neuerdings bin ich auch dabei, eine Datenbank mit Fachbegriffen für euch kostenlos bereitzustellen. Schaut euch diese auch gerne mal auf unserer Webseite an. Den Rest packt ihr euch wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein und für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Wir haben exakt dieselbe Aufgabe im Vergleich zum letzten Video. Wir haben nämlich einen Industriebetrieb. Dieser weist für den Zeitraum von Februar bis Dezember folgende Gemeinkosten in Abhängigkeit der Beschäftigung auf. Wir haben die Monate Februar bis Dezember gegeben, wobei hier immer jeweils einen Monat fehlt. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Wir arbeiten mit den Werten, die wir gegeben haben. Hier hätte jetzt auch einfach nur stehen können. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Wir haben sechs Pakete gegeben und dann arbeitet ihr einfach damit. So, da haben wir die Gemeinkosten in 1000 Euro. Streichen wir direkt durch wie im letzten Video. Einfach aus Vereinfachungsgründen, damit wir nicht so viele Nullen gleich mitschreiben müssen. Und wir haben die Beschäftigung in Stück gegeben. Die Werte hier können wir dann direkt der Tabelle entnehmen. Und wir sollen mittels des Reihenhälftenverfahrens die Kostenfunktionen für das Unternehmen aufstellen. Zunächst erstmal, hier unten links, findet ihr unsere Skizze. Ich kann das natürlich hier nicht punktgenau für euch zeichnen. Das könnt ihr gerne auf Papier oder mit Software machen. Für uns sind wieder entscheidend zwei Punktwerte. Wir wollen zwei Punktwerte herausfinden, mit denen wir dann wieder unsere Steigung berechnen können, dann unsere Fixkosten berechnen können. Und dann haben wir unsere Kostenfunktion. Und ihr könnt diese Kostenfunktion dann mal vergleichen mit der Kostenfunktion aus dem letzten Video. Die Skizze setzt sich zusammen aus den Kosten und aus der Menge bzw. der Beschäftigung. Also Y-Achse, Kosten, X-Achse, unsere Beschäftigung. Und das Erste, was wir immer erklären müssen, wovon sind unsere Variablenkosten abhängig? Unsere Variablenkosten sind abhängig von der Beschäftigung. Also interessiert uns hier auch die Beschäftigung. Denn wir sollen zum einen die Durchschnittswerte bestimmen der oberen und der unteren Hälfte. Was ist da denn mit gemeint? Die untere Hälfte wären hier alle Werte, die von der Beschäftigung am niedrigsten sind. Also ich markiere hier mal mit einer anderen Farbe. Rot nehmen wir mal für die untere Hälfte, sprich 840, dann kommen 960 und dann sehe ich als nächstes 1200. So, also wären das hier dann die Werte für die untere Hälfte. Und dann hätten wir einmal die obere Hälfte, die mache ich direkt einmal grün, während dann jeweils die anderen drei Pakete. So, und die Kostenfunktion, die setzt sich ja zusammen. Aus, ich schreibe sie hier nochmal hin, k von x ist nichts anderes als Variablenkosten plus fixe Kosten. Die Begriffe haben wir auch schon geklärt. Variablenkosten in Abhängigkeit der zu produzierenden Menge oder hier einfach kurz gesagt der Beschäftigung. Je nachdem, was sie gegeben hat für Größen. Die fixen Kosten sind unabhängig. Egal, ob ich produziere, wie viele Mitarbeiter ich beschäftige. Ich habe fixe Kosten in der und der Höhe, die müssen monatlich beglichen werden. Punkt. So, und dann wollen wir im ersten Schritt unsere Durchschnittswerte bestimmen. Ich mache hier mal den hin. Und dann brauchen wir einmal für die untere Hälfte, ku. Diesen Strich, den schreibt man immer beim arithmetischen Mittel mit hin. ku, x, u für die untere Hälfte. So, und dann brauchen wir natürlich noch die obere Hälfte, ko und x, o. So, und dann lassen wir es direkt mal loslegen. Und zwar fangen wir an mit ku. K quer u. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal untere Hälfte, haben wir gesagt, ist rot. Ich werde das jetzt hier nicht nochmal rot schreiben. Das wären dann hier einmal die 840 in Verbindung mit den 1050. 1050, also 1050 plus, dann was haben wir hier noch, 1090 und 1170. So, und das packen wir mal in Klammern hinein, denn das dividieren wir am Ende durch die Anzahl der Merkmalswerte. Das sind drei Pakete und dann schnappen wir uns in den Taschenrechner und müssen das einmal kurz eingeben. Also können wir auch einen Bruch nehmen. 1050 plus 1090 plus 1170 und durch 3 sind dann 1103,3 Periode. Das reicht mir dann auch schon aus. Wir wollen es jetzt nicht ganz genau nehmen. Ihr nehmt die Nachkommastelle, die bei euch in der Klausur, in der Hausaufgabe steht, die für euch relevant ist. Für mich geht es jetzt hier nur um das Verständnis, nicht darum, auf die dritte, vierte Nachkommastelle exakt zu rechnen. So, und das machen wir jetzt natürlich auch mit x u mal. x quer u und ja, hier hätten wir dann 840 plus 960 plus 1200 durch 3 und dann hätten wir hier 840 plus 960 plus 1200 durch 3 und dann kommen wir hier auf 1000. So, ja, und das setze ich jetzt eben auch fort mit der oberen Hälfte. k quer u und x quer u. So, obere Hälfte hatte ich hier grün markiert. Es ist auch egal, wie ihr die Werte jetzt hier anreiht. Deshalb gehen wir von links nach rechts. Wir nehmen erstmal die Kosten, sprich 1230 plus dann 1260 plus dann 1250. Jetzt packen wir in Klammern. Für den Rechner immer sehr empfehlenswert, alles in Klammern zu packen. So, und dann 1230 plus 1260 plus 1250 durch 3. Und dann kommen wir hier auf 1246,6 Periode. Das reicht mir dann auch schon aus. Beziehungsweise 666666 und dann irgendwann eine 7. Der Taschenrechner hat hier schon selber gerundet, glaube ich. So, und dann obere Menge und zwar nicht obere Menge, sondern obere Hälfte und dort die Mengen. Denn hier obere und untere Hälfte ist immer abhängig von dem, von dem unsere Variablen Kosten abhängen. Und das ist in diesem Fall unsere Beschäftigung. Das heißt eigentlich von der Menge immer. In diesem Fall ist die Menge unsere Beschäftigung. Das wollte ich nochmal kurz klarstellen. Also, wir hätten dann hier einmal 2040 plus 1560 plus 2220 Klammern und dann hier auch durch 3. So, ich muss gucken, ob wir gleich überhaupt noch genug Platz haben hier. Und dann wieder unseren Taschenrechner. Ist ein bisschen viel einzutippen. 2040 plus 1560 plus 2220 durch Anzahl der Merkmalswerte durch 3. 1940. Exakt auch 1940. So, und aus diesen Paketen können wir dann sogenannte Punktwerte bilden. Und zwar haben wir ja die zwei Hälften. Das heißt, einen Punktwert für die untere, einen für die obere Hälfte. Untere Hälfte hätten wir dann hier einmal P. Ich nenne ihn jetzt auch PU. So, erst der x-Wert. Der x-Wert sind hier unsere 1000. Und dann der y-Wert. Das sind hier unsere 1103,3 Periode. So, und dann für die obere Hälfte. Und das, da wäre unser x-Wert 1940. Und unser y-Wert 1246,6 Periode. So, im Fragenkatalog habe ich die Periode gar nicht mehr mitgeschrieben. Da habe ich direkt auf 47 aufgerundet und hier abgerundet. Da habe ich es eben aus Vereinfachungsgründen noch mal weiter heruntergebrochen für euch. Aber, ja, das ist einfach dem geschuldet. Auf der DIN A4 Seite diese Berechnung, das macht einfach keinen Sinn, das auf eine Karteikarte so alles zu schreiben. So, und dann ist es genau dasselbe wie im letzten Video. Wir haben zwei Punktwerte und sollen jetzt die Steigung bestimmen. Steigung M heißt das bei euch wahrscheinlich in der Mathematik. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal unsere Formel. Und zwar, in diesem Fall haben wir ja nicht y1, y2, x1, x2, sondern wir haben eine untere und eine obere Hälfte. Das heißt, ich nehme mir erstmal die obere und ziehe die untere dann ab. Das heißt, wir hätten hier dann einmal y0 minus yu und dann x0 minus xu. Wie würde das denn hier aussehen? Und zwar hätten wir einmal y, ich schreibe das hier nochmal hin, x, u, y, u. Das ist ein bisschen einfacher immer, weil sonst kommt man durcheinander. Das ist die einzige Gefahr hier, dass man hier mal ein bisschen durcheinander kommt mit den ganzen x, y, u, u, k, x und hast du nicht gesehen. So, also y o hier, 10246,6 Periode minus dann das Paket 1103,3 Periode. Mach den Buch ein bisschen länger. Dann XO 1940 minus XU 1000. So, das geben wir jetzt so exakt in den Rechner ein. Ich bilde hier auch kein Zwischenergebnis mehr. 1246,67 gebe ich jetzt einmal mal ein, weil Periode jetzt hier eingeben, dann müsste ich, wobei können wir direkt mal 4 mal die 6 hintereinander eingeben. Passt, vielleicht habt ihr im Taschenrechner auch eine Taste für. So, dann minus 1103,333 und unter dem Bruchschlecht 1940 minus 1000. Und dann haben wir hier unsere Steigung heraus. Das sind 0,1525. 5, ich denke mal 4 Nachkommastellen reichen uns jetzt in diesem Fall. Gerundet natürlich auf die vierte Kommastelle. Ich gucke mal kurz bei mir. Auf der Webseite habe ich ein bisschen anderes Ergebnis heraus. Das liegt daran, dass ich dort mit gar keiner Nachkommastelle gearbeitet habe. Bitte das berücksichtigen. So, und dann haben wir unsere Steigung unserer Kostenfunktion heraus. In diesem Fall gucken wir uns jetzt mal unsere Skizze an. Und zwar, unsere Skizze startet hier bei 500 und hier irgendwie bei, na, was ist unser niedrigster Wert bei den Kosten? Bei 1000 sagen wir es einfach mal. Spielt es auch keine Rolle, es ist eh nur eine Skizze. So, wir gehen bei den Kosten maximal hoch bis 1300. Und bei der Menge maximal bis 2300. So, ihr müsst einen entsprechenden Maßstab wählen, wenn ihr skizzieren sollt oder für euch selbst einmal eine Skizze machen. So, und dann gehen wir mal kurz die beiden Punktwerte hier an. Denn für eine lineare Kostenstruktur brauchen wir nur zwei Punkte. In diesem Fall dann einmal 1000. Ist direkt hier unser, ja, wobei, ich sage mal ungefähr hier. Und 1103. Sagen wir einfach mal hier, wie gesagt, das ist jetzt hier ein bisschen ungenau. So, PU und PO sind ja 1940. 1940 bei X. Ja, irgendwo hier. Und 1246. Etwa hier sagen wir mal. So. Dann haben wir PO. Und dann könnt ihr hier einfach durch diese beiden Punkte einmal skizzieren. Und habe dann entsprechend hier dann einmal den Wert nochmal hier auf der x, äh, auf der y-Achse und hier auf der x-Achse. Und das gleiche gilt dann natürlich hier auch für PU. Das sind so die entscheidenden Werte hier. Und dann kann man hier nochmal so ein Dreieck für den Höhenunterschied für die Steigung nochmal darstellen, weil nichts anderes haben wir mit M hier quasi berechnet, dass wir einmal hier auf der x-Achse entlang gegangen sind und dann nach oben auf der y-Achse und den Unterschied einfach bestimmt haben zwischen diesen beiden Punkten. So. Und hier schreibt ihr einmal nochmal k. Das ist ja nichts anderes als k von x, was wir jetzt hier dann haben. So haben wir schon grafisch unsere Kostenfunktion so und soweit erledigt. Die Kostenfunktion wird hier irgendwo wieder bei 900 irgendwo einlaufen. Das sind unsere Fixkosten, dann der Schnittpunkt mit der y-Achse. So, denn ich bin ja bei 1000, habe ich ja gestartet. Der Ursprung ist ja nicht bei 0,0. Das sei auch nochmal dazu gesagt. Ja, und dann drittens einmal unsere fixen Kosten bestimmen. Und ja, hier nehmen wir jetzt einfach unsere Kostenfunktion und setzen einfach mal ein paar Werte hier ein. Denn wir haben ja jetzt hier, ich zeige das nochmal kurz, wir haben 0,1525x plus kf und das kf, das fehlt uns ja noch. Das heißt, wir können ja jetzt hier einfach sagen, okay, wir nehmen uns jetzt hier einen Punkt, zum Beispiel den Punkt Untergrenze und hätten dann bei den Kosten 1103,3 Periode und das entspricht nichts anderes als 0,1525x dann die 1000 plus kf. Dann haben wir nur noch eine Unbekannte, nach der wir auflösen. Das heißt, wir hätten hier dann, ich muss jetzt kurz mal einen Rechner eingeben, 0,1525x1000 sind drei Nachkommastellen, die wir schieben müssen, gehen wir auf 152,5 und dann müssen wir minus 152,5 rechnen und dann hätten wir auf der linken Seite 1.103,333 minus 152,5 sind 950,8,3 Periode ist dann kf. So, und dann hätten wir ja unsere Kostenfunktion, wäre nichts anderes als 0,1525x plus 950,8,3 Periode. Ich gucke mal kurz, was ich im Fragenkanalog stehen habe. Da habe ich 0,1532x plus 950, wegen den Rundungen unterscheidet sich das hier. Und dann kann ich einfach als Beispiel, ich quetsche das mal hier hin, den zweiten Punkt hier einsetzen, das sind 1940 und dann müssten da ja die 1246 halt rauskommen. Sprich, 0,1525x1940 plus 950,83333 und dann kommen 1246,683333 raus. Und das passt dann soweit. Das ist dann quasi unsere Probe gewesen. Ja, und damit haben wir die Kostenfunktion soweit aufgestellt. Es ist ein bisschen aufwendiger als das Hochtiefpunktverfahren, weil wir eben diese Vorarbeit leisten müssen mit den Durchschnittswerten. Ansonsten ist es dann halt dasselbe. Ihr müsst nur eure Werte in Abhängigkeit der Beschäftigung sortieren, weil die Beschäftigung beziehungsweise die Variablenkosten ja von der Beschäftigung abhängen. Und deshalb müssen wir nach der Beschäftigung sortieren. Wenn wir hier eine andere Größe hätten, keine Ahnung, Materialkosten oder whatever, dann müssten wir nach Material halt dann sortieren, nach Größe. So, ja, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.